Einfach mal die Festplatte durchbrechen in Anführungszeiten, dass du einfach weißt, der Würgereiz ist wirklich unterbrochen. Und da gibt es letztendlich die Möglichkeit natürlich der Hypnose. Das bieten aber nicht alle Zahnärzte an. Ich persönlich habe da auch keinerlei Erfahrung mit, weil es auch eine Sache ist, die man auch als Arzt lernen muss. Es gibt die Lachgasbehandlung, dass du einfach schon ein bisschen entspannter bist. Und mein absoluter wirklich Geheimtipp möchte ich schon nennen. Und ich bin immer wieder darüber selber fasziniert und glücklich, wenn ich Patienten leiden sehe mit diesem Würgereiz und sie sich selber quälen. Und wir sagen, komm, wir wollen jetzt ein paar Sachen auf einmal machen. Dann ist es wirklich die Dämmerschlafsidierung, Tiefschlafsidierung, Analgosidierung. Wo einfach der Narkosearzt den Medikamente in die Armwene gibt und du einfach vom Kopf her nicht da bist und tatsächlich dein Würgereiz auf 100% ausgestellt wird. Deswegen wende ich... Deswegen wende ich...